Stellvertretend Treue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern mir das kostbare Blut und die Bluttränen, dem himmlischen Vater auch für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wache Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht. Liebesakte, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch, rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der Großen bitte diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Brüßstack tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus, gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kannst. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Ave Maria, wie der heilige Gertrud, offenbar. Sei gegrüßt, weiße Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose, himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genäht werden wollte. Lehre unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stürzt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstandkörper, meiner Seele und meinem Geist. Bedecke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was in mir nicht sein sollte. Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstopbte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wiederher und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen, beseitige jede Infektion. Durch die Kraft des kostbaren Blutes sie so. Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen. Selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Durchtränke mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben, deinem Heiligen Namen, Herrlichkeit und Ehre bringt. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir bitten dich, oh höchstes Gut, die dreifältige, barmherzige Liebe. Komme allen Menschen zugute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebernadeit unter den Frauen und Gebernadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeslamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, oh höchstes Gut, die dreifältige, brennende Liebe. Komme alle Menschen zugute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebernadeit unter den Weibern und Gebernadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebeslamme. Jetzt und in der Stunde unseres Tores. Amen. Wir bitten dich, oh höchstes Gut, die dreifältige, blutende Liebe. Komme allen Menschen zugute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebernadeit unter den Frauen und Gebernadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Hier sei der dreifältigen Liebe von nun an. Bis in Ewigkeit. Amen. Abendbrüß zum heiligsten Herzen Jesu. Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, oh göttliche Schätz. In deine heilige Liebesfunde senke ich des Tages Freude und Schmerz. Oh Herz der Liebe, dir Vertraute, oh Morgen, ich des Tages lasse. Und nicht umsonst dich auf dich baute, voll hol du mich, gesegnet hast. Oh, habe Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deines heiligen Engels Hand. Oh göttliche Schatz, all meine Sünden, bereue ich aus lieb zu dir. Oh, lass da mich Verzeihung finden, schenk deine Liebe aufs Neue, mir. Ja, zieh, so ähnlich ich empfehle, auch alle meine lieben dir. Erschütze sie an Leib und Seele, die gute See erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein. Oh, lass sie in der letzten Stunde mir eine Himmelsforte sein. Amen. Gegrüßet seist du, heiliger Josef, Sohn Davids, du Gerechter und Keucher, Weisheit ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Männern und Gebenedeit ist Jesus die Frucht Mariens, deiner treuen Braut. Heiliger Josef, du würdiger Vater und Beschützer Jesu Christi und der heiligen Kirche, bitte für uns Sünder. Erbitte uns bei Gott, göttliche Weisheit, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ein ewiges Vergessen, Gott, fürs Mitbilden. Maria, mit dem Kinder lieb. Und zu allen deinen Segen gib. Amen. Gott segne es ewiglich. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!